Maxner wird mit dem Rücken zum Raid getankt, um Giftschock zu umgehen, so dass dieser nur den Tank trifft. Alle 40 Sekunden versprüht sie ihr Netz und stunnt alle Spieler für 6 Sekunden. Bevor sie dies castet, sollten alle möglichen Heilungen über Zeiteffekte auf den Tank gecastet sein, damit dieser auch überlebt. Nach Netzversprühen erscheinen kleine Spinnennets, welche direkt gefokust werden sollten. Eine weitere ihrer Fähigkeit ist nekrotisches Gift, welches die erhaltene Heilung um 30% verringert und direkt vom Tank entfernt werden muss. Zu guter Letzt schießt sie mit Fangnetz zufällig Spieler gegen die Wand und hüllt sie in einen Kokon ein. Diese müssen direkt von Ranged-DD-Land zerstört werden. Bei 30% Gesundheit gerät sie in Raserei und ihr ausgehender Schaden wird um 75% erhöht. Hier oder kurz vor dem Übergang in die Phase Kampfrausch bzw. Heldentum ziehen und sie schnellstmöglich umhauen.